Kommt eine Schnecke aus dem Finanzamt, schüttelt den Kopf und mumelt, ich muss hier weg, unbedingt weg, ganz weit weg, so schnell wie möglich, so weit wie möglich. Dann fragt ein Passant, was denn los sei? Ach, ich habe ein Haus, meine Frau hat ein Haus und unsere über 100 Kinder.